Musik Mh, ist sehr gut. Stellt euch vor, ihr habt an eurer Kaffeemaschine die perfekte Einstellung gefunden, um einen wunderbaren Kaffee zu machen. Und dann geht sie kaputt. Und ihr schaut in die Röhre. Dann ruft ihr einen Mechaniker, weil jetzt ist Expertenwissen gefragt. Ich könnte es ja selber. Aber ich komme nicht an die Elektronik ran. Und jetzt? Tja, vor diesem Problem stehen unheimlich viele Werkstätten. Denn die Elektronik in modernen Fahrzeugen ist leider nicht mehr frei zugänglich. Das bedeutet, je nach Fahrzeughersteller ist die vollumfängliche Diagnose nicht mehr möglich. Und somit können auch Fehlerursachen nicht mehr eindeutig diagnostiziert werden. Auch der Service Reset geht ohne Freischaltung nicht mehr. Und damit stehen Sie vor einem Problem. Und jetzt stellen wir uns die Frage, warum ist das eigentlich so? Die Hersteller schützen immer öfters die Elektronik ihrer Fahrzeuge. Zudem sind auch einige Systeme im Fahrzeug kritisch für die Sicherheit des Fahrers und andere Verkehrsteilnehmer. Unsachgemäße Veränderungen an diesem System, sei es versehentlich durch Laien oder absichtlich durch Hacker, können zu sehr gefährlichen Situationen führen. So wird sichergestellt, dass nur qualifizierte und autorisierte Personen Zugriff darauf haben. Somit sind Diagnosearbeiten, wie etwa die Kalibrierung von Fahrassistenzsystemen oder das Zurücksetzen der Servicebenachrichtigung, an vielen Fahrzeugen nur noch mit herstellerspezifischen Zugangsberechtigungen möglich. Das macht schon Sinn, ist aber für unsere Kollegen in den Werkstätten doch sehr aufwendig und stellt sie vor erhebliche technische und administrative Herausforderungen. Und genau deshalb, also um euch diesen Zugriff auf die Fahrzeugelektronik einfach und kostengünstig zur Verfügung zu stellen, hat Bosch Secure Diagnostic Access oder kurz SDA etabliert. SDA ermöglicht über die Diagnose-Software EasyTronic Evolution den umfassenden Zugang auf geschützte Fahrzeugdaten teilnehmender Hersteller. Richtig. SDA ist eine zentrale und standardisierte Lösung von Bosch und nimmt den Werkstätten die aufwendige Registrierung bei verschiedenen Fahrzeugherstellerportalen ab. Mit SDA muss man sich nicht die Zugangsdaten für verschiedene Portale merken oder die unterschiedlichen Bezahloptionen im Blick behalten. Freien Werkstätten wird dadurch die Durchführung umfassender Diagnosearbeiten an betroffenen Fahrzeugen vereinfacht. Das nenne ich Arbeitserleichterung. Und das Beste daran ist, dass SDA Bestandteil der SD-Lizenz und somit in allen verfügbaren EasyTronic-Paketen bereits enthalten ist. Für den Nutzer entstehen keine zusätzlichen Kosten. Und wie SDA in der Praxis funktioniert, zeigt uns jetzt Elena. Hallo Elena. Hey Elena. Hallo zwei. Du als Produktmanagerin kannst uns doch sicher einen kurzen Einblick geben, wie SDA konkret in der Praxis funktioniert. Ja klar, mache ich gerne. Schaut her, ich habe den KTS jetzt schon angeschlossen und mit unserer DCU verbunden. Also mal angenommen, wir würden jetzt an diesem Fahrzeug einen Service Reset durchführen wollen, dann kommen wir hier eigentlich ohne Freischaltung nicht weiter. Mit unserer Lösung Secure Diagnostic Access sieht das Ganze aber anders aus. Und zwar können wir uns hier oben ganz einfach mit der sogenannten Single Key ID einwählen. Jetzt seht ihr, dass sich das Symbol verändert. Das ist das Zeichen für uns, dass wir nun eingeloggt sind und SDA aktiviert ist. Und jetzt können wir ganz einfach über die EasyTronic Evolution den Service Reset anstoßen und durchführen. Ganz einfach, oder? Das ging ja schnell und unkompliziert. Super, vielen Dank Elena. Immer wieder gerne. Mich würde noch interessieren, was man tun muss, um SDA nutzen zu können. Das kann ich dir erklären. Zunächst brauchen wir eine gültige SD-Lizenz. Die Zugangsvoraussetzungen unterscheiden sich je nach Hersteller. Aber in den meisten Fällen ist der Login per Single Key ID ausreichend. Über die Login-Funktion der EasyTronic Evolution kann jeder Nutzer sich mit seiner E-Mail-Adresse und einem Passwort für die Single Key ID registrieren. Bei manchen Herstellern kann ein zusätzlicher Prozessschritt erforderlich sein. Da die Authentifizierungsvorgaben immer vom jeweiligen Fahrzeughersteller und dessen Anforderungen abhängen, kann es auch mal vorkommen, dass bei manchen Marken SDA auch ganz ohne weitere Schritte funktioniert. Das müsst ihr euch aber nicht alles merken. Die Nutzer werden in der EasyTronic durch alle notwendigen Schritte geführt. Toll, oder? Jetzt ist natürlich noch wichtig zu wissen, für welche Marken SDA schon funktioniert. Na, Benedikt, kannst du sie alle aufzählen? In der richtigen alphabetischen Reihenfolge? Das wird schwer. Wir fangen mal an mit Abarth, Alfa Romeo, Chrysler. Boah, echt keine Chance. Das sind ja doch richtig viele. Schon mehr als 20, um genau zu sein. Und stetig steigend. Aber keine Sorge, ich habe da was vorbereitet. Von A wie Audi, über F wie Fiat, M wie Mercedes oder R wie Renault bis hin zu V wie Volvo und Volkswagen und viele mehr. Die Abdeckung kann natürlich länderspezifisch variieren. Hi, Jungs. Wow, das ist echt ein guter Kaffee. Ja, Helena, sag ich doch. Schön, dass du vorbeischaust. Magst du die Abmoderation machen? Na klar. Wenn ihr noch nicht bei SDA dabei seid, dann registriert euch. Es lohnt sich, denn wir werden noch weitere Fahrzeugherstelle in SDA integrieren. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Website und im Help Center. Den Link findet ihr wie immer hier.